Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glypho Games Video. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo ich hier gerade überhaupt stehe. Leute, ich stehe gerade nämlich auf CD-Bit 1 und zwar ist eben erst ein neues Update erschienen. Ihr werdet das Video wahrscheinlich erst einen Tag später sehen. Und zwar ist das Update erschienen. Erstens mal mit dem Gefängnis, das jetzt beim Gefängnis wirklich eingeführt wurde, richtig. Und mit Slash Start, äh, warte mal, mit Slash Start J, ähm, im Prinzip so, warte, ne, Start, Start J. Warte, ne, warte mal, Start J. Kann man sich, glaube ich, diese Tokens dazu kaufen? Warte mal, bin ich, ach so, Slash Start J, buy. Ja, sicher kann man sich diese Tokens kaufen, um die Leute halt ins Gefängnis zu werfen. Kostet im Moment noch 10.000 Dollar, es soll ja, angeblich, ähm, kann man noch gucken, ob das vielleicht ein bisschen günstiger wird. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen günstiger wird, so 5.000 Dollar oder so. Und es ist jetzt auch, ähm, beim Gefängnis so, Free4Games hat das drin gelassen, dass man, ähm, dass man mit diesem Paintball Guns abgeworfen wird, wenn man, äh, dort diese Blöcke abbaut. Dass da auch Scammer, ich sag mal, hin verurteilt werden. Aber, ich finde das mit diesem Paintball Guns ist ein bisschen fraglich, weil das dauert dann halt schon wirklich ganz schön lange, äh, bis man da die ganzen Blöcke abgebaut hat, Leute. Das Ding ist aber, ich finde das für Scammer umso besser, weil wenn man jetzt zum Beispiel Startkick macht, ist jetzt, ähm, ist ein Scammer 5 Minuten draußen, während dann, oder 5 Minuten, ich weiß gar nicht wie lange. Also, äh, also auf jeden Fall ist er bei Startkick, äh, 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 kürzer draußen, als wie man jetzt bei Slash, äh, J den, ähm, weg macht. Und dann halt, äh, den ganzen Zeit da mit der Paintballer nervt, das kann ja auch schon gut mal eine Stunde sein. Und ja, wo ich hier noch stehe, Leute, ist gerade in der Stadt, und zwar, ihr wisst ja, dass im Moment die Orphänder weggekommen sind, vom Spawn her, bei PAOH, kann ich auch mal ganz kurz hingehen, ist im Moment gar nichts mehr. Ja, da, da, da steht kein Orphänder mehr, hier ist nichts, aber mit Slash, Warp, Stadt auf CityWid 1, kommt ihr zu einem Punkt, wo die Orphänder jetzt am neuesten stehen, ich hab keine Ahnung, was das ist, aber ich finde das auch besser, die haben jetzt ihren eigenen Bereich im Prinzip. Wo die jetzt stehen, ähm, 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 aber was ich nicht so gut finde, dass die Preise immer noch nicht angehoben von, von den Anballprodukten, die sind immer noch ganz schön weit unten, muss man im Moment jetzt sagen. Aber, ich finde es schön, dass sie jetzt extra mal hier eine extra Area eingebaut haben, nur für diese Orphändler, ähm, nicht wundern, ist das nicht in der Plattwelt, ich kann es euch auch mal zeigen, hier kann man nicht PI machen, ähm, wurde auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet, so mittelalterlich, muss man sagen. Ich wollte euch jetzt nur mal ganz kurz über dieses neue Update informieren, Leute, wenn euch das kleine Video dazu gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Abo und ein Like lassen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ciao.